Motorrad Freizeit, die neue Ausgabe ab 23.12. im Zeitschriftenhandel. Wie immer mit zwei Tourenkarten in Postergröße auf die Pässe, fertig, los, lautet das Motto unserer speziellen Alpenkarte, die die attraktivsten Gebirgsstrecken in Tirol, Südtirol und in den Dolomiten vorstellt. Unsere zweite Tourenkarte widmet sich dem Bayerischen Wald und seinen Nachbarregionen, dem tschechischen Böhmerwald und dem österreichischen Mühlviertel. Starke Touren, tolle Museen, sehenswerte Haltetipps, tolle Gastgeber. Was will der Motorradurlauber mehr? Neue Eisen braucht das Land. Welche neuen Bikes im nächsten Jahr auf unseren Straßen zu sehen sind und auf welchen Messen man diese findet, wird ausführlich in unserem Bericht Motorräder 2017 gezeigt. Und dann waren wir noch in Amerika, wo es zumindest mit dem Motorrad weiterhin Grandioses zu erleben gibt. Unser mehrteiliges Special beginnt mit der Route von Las Vegas ins Escananti-Gebirge. Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten ist das Motorraderlebnis schlechthin. Unser Bericht macht garantiert Lust auf mehr. Mehr gibt es auch noch in diesem Heft. Ob Rügen, die Zentralschweiz oder unser Motorrad- und Mehr-Special über Kärnten. Motorradfreizeit ab 23.12. im Zeitschriftenhandel. Holt sie euch!